Lustige Obst- und Gemüsespieße Ob für den Kindergeburtstag oder wenn die Freunde zum Spielen vorbeikommen. Kreativ angerichtete Spieße machen Obst und Gemüse für Kids attraktiver. Kleine Gemüseschiffchen lassen sich aus einem Stück Paprika, einer halben Kirschtomate und einer dünnen Gurkenscheibe herstellen. Melonen-Lollis kannst du aus Melonen-Dreiecken und hölzernen Pommes-Gabeln basteln. Hübsche Gemüseblumen aus Gurken und Möhrenscheiben sind ein echter Hingucker auf dem Kinderbuffet. Gurken halbieren, aushöhlen und in Scheiben schneiden und Möhrenscheiben einschneiden. Mit einem Zahnstocher aufspießen. Hübsch sind auch ganze Blumensträuße aus Gemüse- und Obstblumen. Möhren und Gurken mit dem Kanelliermesser mehrfach einritzen. Und danach in Scheiben schneiden. Auf lange Schaschlikspieße stecken und mit einer Beere verzieren. Für den Wow-Effekt das gefräßige Gurkenkrokodil. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur langweilig darf's nicht sein. Probiert es aus!